So, let's go Leute, Red Cane. I'm so red, like, dushing in the morning with very hot 50, 60 degrees Witcher 3 Ja, okay, das könnte auch sein, so Swabede, 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 Swabede Ich bin Kane Ich bin Kane Wählt mich, wählt mich, wählt mich Leute, wenn ihr mich wählt Dann gibt es den Brötchenverkauf Hier, diese Brötchen 24, 7, 7 Tage die Woche Ah, der Zelo Zelo, ach scheiße, die weh noch gar nicht hoch Scheiße Scheiße Immerhin habe ich schnell reagiert Alter, ohne Witz Brötchenverkauf, wurde wohl abgelehnt Das ist der wütende Pop Möbel Pop, also Möbeldings, scheiße Ja, wir sind jetzt voll gefickt, Leute Wir haben W Hier nimm das Alter, oh man Bitte, ich meine, ganz ehrlich Ihr werdet es brauchen, weil euer Team ist so scheiße Das Problem ist Ja, fangen wir mit Wölfern, würde ich sagen Mit W Very geil Very, very, very Very geil Das wird das very geilste Game Was es gibt, aber Man kann Leuten Schuld zuschieben Zum einen Hätte der Brötchenverkauf besser geschützt werden muss Wenn es Bei öffentlichen Veranstaltungen muss immer jemand dabei sein Um das ein bisschen zu hintermauern Ach komm Ja, nimm Take it You will need it So Ähm Also ich finde, da sollte man wirklich einfach Sowas besser schützen Öffentliche Veranstaltungen, deswegen ist es auch immer ganz wichtig, dass man sowas mit Polizeischutz und so macht Aber von sowas lassen wir uns überhaupt nicht tilten Überhaupt nicht Ich meine Wer braucht Buffs? Ganz ehrlich Wer braucht im neuen Jungle schon Buffs? Nur das ist jetzt ein bisschen bad Wir könnten seinen Blue nehmen, aber ich bin jetzt hier unten schon bei den Golems Und ich habe auch keine E Ohne E ist wieder auch so ein bisschen gefährlich Könnten aber eigentlich sein Aber ich muss den auch smiten jetzt, ja Scheiße 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 Jetzt müssen, nehmen wir die E Sonst überleben wir das hier nicht Ist ja noch oben irgendwo, können wir noch Wir können für Taunty gehen jetzt Ich hoffe, dass wir da unten ganken Ich würde zwar gerne ganken, aber ich muss echt ein bisschen auf meine Jungle Ratio Obwohl Nevermind I'm coming in the home tonight Home tonight Home tonight Home tonight Home tonight Slip Geh für den get Geh für den get Geh für den get Geh für den get Ja 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 scheiße wenn man jetzt kommt immer nach oben schicken leute und ja wann kommt noch von oben so der glaube ich immer noch nicht den blue doch blue hat da oder das ist mein blue immer noch das ist sogar immer noch mein blue ist ein bisschen riskant aber leute no risk no fun das ist mein motto es macht 430er außerdem ist er nach oben gelaufen irgendwo also leute also man kann halt auf seine buffs scheißen aber wenn ihr den gegner counter jungles das beste was ihr machen könnt ist dann eure buffs verteidigen weil ich hätte behind sein können actually bin ich sogar ein level über ihm sollen wir ihn rösten ich weiß nicht ob ein early roast gut ist am besten ist wenn ist wenn ihr den gegner röstet nachdem er nachdem kommen wir dann sogar gleiche test wie er aber längst ist mein top laner zwei gestorben das ist nicht so gut das jetzt nicht so richtig gut ich hätte glaube ich auch top lane direkt die wave verteidigen sollen weil der böllert den turm jetzt um scheiße das aber einer meiner schwächen wenn ich einmal camp angefangen habe dann klebe ich da dran wie der könnte aber für ein geile da ging ding teil kommen vielleicht geht er noch was vielleicht ist sehr sammeln aber er wird mich jetzt loan oder hätte ihn hätte ihn hätte 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 ihn jetzt ja so vielleicht in den kill lassen sollen aber ich muss die essenz sammeln ich bin essenz sammler 2k 19 jetzt können wir uns noch die golems und dann sind wir auch very welcome in dem game mit land pink help 37 bis in cs down aber solange er nicht stirbt ist das voll fein er darf nur nicht sterben gegen set das galaxy set ne shadow aber der set hat echt auch viele coole skins muss man sagen muss man definitiv sagt ich werde da aber ich habe halt nicht ne ich bin halt nur ein mittelständischer cane ich könnte so was man haben wir müssen jetzt schnell gucken dass wir unseren rapper verteidigen guck mal start und cheese auf der bot lane sehr sehr schön sehr 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 schön sagt wir gehen schön fürs trippel sehr 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 irgendwie ich möchte eine these aufstellen so geht es mir so ihr könnt das gerne bestätigt oder verneinen these 8 these doppelpunkt immer wenn ich in wäde und wir dabei kills machen verliert mein team very hard naja das ist natürlich auf jedes team anwendbar in diesem fall war es das gegnerische team also irgendwie ist das immer wir wir starten ich hatte mal in welt wir sind so 4 50 gestartet wir haben so heftig verloren so wir sind danach irgendwie keine ahnung 12 5 gegangen oder so also du denkst das game ist voll win und du warst voll lose alle am tilten alle am aufgeben niemand hat bock natürlich kann man diese these auch untermauern indem man sagt hey vier leute flash für den kill jeder von diesen vier flashes bekommt 30 gold auf sein konto während man kein flash mehr hat und dann auf der lane stirbt und dadurch die lane verliert was ist das hier dachte der macht er jetzt ne weh rein wir müssen natürlich gucken ob wir top lane vielleicht helfen das wäre eine überlegung aber wir wollen uns erstmal wir aktuell habe ich ja das gefühl dass mein team relativ klar kommt mitte stirbt nicht also wir gehen gerade für den power farm einfach wir fahren uns den arsch ab werden richtig big im game ich glaube ich muss aber top lane helfen ich bin unterwegs der ist aber top lane der glaube ich auch nicht mal mal auf nur holt oder oh mein gott was haben die denn gegen den alter was haben die denn gegen den sind ja sind das primates oder sind das was ist denn mit denen die frage sterbe ich denke vermutlich ja aber ich gehe trotzdem hin ich werde ich werde nicht ich werde ich das nicht guck mal die haben angst vor mir ja geht weg ihr heutigen ja ja das gezielt euch recht geht weg alle macht den brötchen verkauf alle macht den brötchen verkauf alle macht geht weg ich kann ja so ein bisschen essenz an dem gärten ich gehe für den full essenz geld und wir werden jetzt bin ich hier drin jetzt machen wir so und jetzt springe ich raus und jetzt gehen wir weg und jetzt möchte ich in die wand und jetzt kriegen wir richtig viel sens scheiße reicht nicht zwar es war okay viel aber es reicht noch nicht ich brauche blubuff kein mana ich brauche mana kamen top after wolfs wir gehen jetzt auf mana spar wir machen nur cus wir brauchen jetzt die red form wir brauchen jetzt die red form wir brauchen wir 90 100 jahres 3 4 2 3 kombos reicht das problem ist haben die hier wischen wahrscheinlich ja aber wir gehen mal gucken pink wort ist es sogar ein pink wort drin also führen da offenen da ich weiß hat er oder doch locker keine holt oder ich weiß halt nicht wie mein keil hat old let's go let's go let's go let's go let's go let's go ich denke es einfach ich bin manchmal und auf mich und dann passt das mach halt auf mich ich na gut er hat immerhin auch geflasht und er hat kein ult mehr rein theoretisch könnte man jetzt für den dive gehen und wir haben mir fehlt immer noch mit einem millimeter fehlt mehr kann ich sie weh in in rs in rcs hier nice und jetzt der tauerte mich ich glaube ich glaube ein tower shot würde ich überleben mir fehlt ein weh noch leute schaffen wir das ich glaube hier kommt halt gleich der gang ist das problem und botland wird gerade der tower gegettet eine weh brauche ich nur die weh essenz weh jetzt jetzt hat es getroffen das ist doch mein essenz hat diese kugel nice wir haben leider den dragon abgegeben aber ich habe jetzt da kennen very nice very 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 bitte gehen sofort bitte nicht das ist bitte nicht okay danke so verwandlung schön richtig kaufen und schon mal eine armor jetzt sind wir strong jetzt your time ist dann hey was heißt brötchen brett hey brett kann das sagen was das zu offensive ich glaube brett ist brot aber brot wird auch verkauft also ich bin ja auch da multi challenger spiel also es gibt auch brot es gibt brötchen und brot so wir gehen noch mal für ein clear und dann müssen wir die frage ist wo müssen wir jetzt denken das müssen wir gucken ich meine wir haben wir haben eine wehne eigentlich müssen wir jetzt nur bot lane kämpfen mit land ist very fine ok hat 30 zuerst weniger 40 aber das ist voll egal weil das ist weiger gegen set wenn set nichts macht dann wird er aus geld ich kämpfe jetzt einfach bot vor allem hat das den vorteil wenn set nämlich kommen natürlich ihn auch noch beziehungsweise gehalt sein gang ab wenn wir das wort entfernen also die geht jetzt nur so offensiv hin weil da oben der ich würde den töten glaube ich oder ich könnte für den geld gehen aber ich glaube deren team ist er da als meins heftige kombo war jetzt für die mitte er geht weg go for the med care for it ihr müsst ihr kehren ihr müsst ihr kehren vielleicht kommt er auch wieder in die mitte ok als wir in der mitte naja dann habe ich ihm einfach geholfen dann nehmen wir mit dem bluboff irgendwie bin ich gleich schon fakt ist alter sie tot hat sie holt sie hat holt aber sie ist glaube ich tot bin unterwegs aber sie wird aber auch hart gekämpft muss man sagen ich hätte ihr den kill noch gegönnt aber jetzt sogar ein wort scheiße ich muss aber glaube ich top lane ohne ohne den blue sonst waren den tor weg scheiße wichtig ist dass er nur nicht hilft dann gewinnen wir schwierig 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 ich glaube alles mit heil heil ist offensiv kann man nicht unbedingt sagen weil fischer sagen zum beispiel petri heil das ist einfach so ein fischermannsgruß petri heil das sagt man so habe ich gelernt in der schule ich wäre ready für ein gegner ist ein pink wort das könnte mich potential jetzt ob ich komme ich habe leider kein flash du müsstest irgendwie slowen oder so ja sehr schön er hintet sehr sehr schön er geht für den vollend aber er hat keine holt der vielleicht waren die nazis einfach nur verwirrte angler ja ich weiß ja nicht hoffe weiger überlebt das aus wie könnte gehen sieht aus wie ich bin gleich da ich bin erbaut ich bin erbaut ich bin erbaut ich bin erbaut lassen sie bitte in ruhe er ist auf jeden fall rippt das schon mal nicht schlecht und weigert überlebt very welcome also dieses game läuft gerade very gut ich meine ich bin 4 0 aber wir sind 4 0 und very big also klar wer 4 0 es ist very big aber das ist ja auch der jetzt hier ja okay wir sind klug wir sagen einfach tschüss later kannst du haben take it it you will need it das ist mein motto später wird aber mein damage taken ich meine das ich spiele halt fair ich weiß halt dass ich der bessere jungler bin deswegen lasse ich ihm halt die buffs damit er wenigstens ein bisschen chancen hat ich finde das ist tatsächlich sehr fair von mir ehrenmann ehrenjungler wir gehen direkt wer toplanen wir müssen jetzt auch counter campen wichtig ist es geht hier nicht um die lanes es geht hier überhaupt nicht es geht einfach nur darum die moral von kail am leben zu halten normalerweise ist auch never going to losing lane aber kane ist so big dass das klappen könnte frage ist wo ist der komische ja er wurde halt gespott deswegen klappt das nicht außer wenn ich jetzt hier rüber gehe ich könnte flashen sie gehe weg bruder das ist oder ist es okay es wird wahrscheinlich einen drei gegen drei oder sowas werden egal ich jetzt in einem in ich bin drin jetzt go for this go for this go for this go for this okay du musst jetzt der mensch war mit dem man einfach der mensch ja das schon mal nicht schlecht top lane party top lane party also diese nasus können selbst für uns hart werden aber mal gucken wenn wir blackie war haben sieht das auch schon wieder anders aus die haben halt einfach ein kack team ja auch ab oder bleibt da ist okay ja okay weiger war eine schöne lulu und ich kann es sein dass er die nasus die die japan old abgebot hat werden wir gleich sehen ob noch eine kommt oder nicht ich habe das gefühl die lulu old hat die japan old abgebrochen kann das wissen ich bin einfach raus wäre das okay oder sterbt ihr dann du müsstest mal jemanden rösten das ist nicht so gut leute du kannst nie auf dein team trusten aber ich gehe jetzt mal für den erddrake über ein oman drake bitte nicht sterben leute wer ist er denn nach erst nasus weg leute normal ich habe überhaupt gar keinen bock auf den gerade ich brauche ich habe 3.000 gold ich muss shoppen was macht eigentlich poppy die ganze zeit fehlt die nicht irgendwo das deren support spieler glaube ich sterbe jetzt gleich ja jetzt habe ich ja es war nicht so gut vor allem war das für nasus 800 euros auf seinen nacken drauf direkt hinten drauf 800 euro ist nicht so geil ich hätte also ich hätte weggehen sollen aber es ist auch einfach wenn du nasus halt an den turm lässt der macht ihn halt hin zu weg es war einfach niemand da zum tor treffen ja also jetzt gerade fehlte mir einfach das ganze geld ich war im prinzip wie 00 oder so die ganze das ganze geld was ich hatte war einfach im inventar deswegen sollte man auch immer shoppen gehen ich wollte auch shoppen aber mein team war es war niemand da to death is shit to death is shit jetzt ist leider der drag auch weg also es wird erstmal noch ein bisschen schwierig aber je länger das game geht ich glaube wirklich auch wenn das mit nasus man das nicht meinen möchte je länger das game geht umso einfacher wird es für uns wir haben wir wissen dass der supporter wie kann man mit sind also wenn man mit so einem team aufgeben möchte we have the perfect team chill ich muss eben den dread nehmen geht das dann können wir in der mitte betteln wir haben so heftiges late game und wir sind gerade echt gut im game dafür dass wir nur late game champs haben ja komm her du peter peter der will denn immerhin will nur der support das renner das ok nice nice very very nice tschüss 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 was machen wir fahren eigentlich ich habe immer das ist einfach meine bestimmung aber eigentlich sollte ich nicht so viel fahren aber du kannst einfach zu krass mit dem champ der clear ist zu lecker der clear ist einfach zu lecker schmäcker so die frage ist wo gehen wir hin ich denke wir müssen z wir brauchen erstmal blubarb irgendwie verschwinde ich zu viel mana wir müssen jetzt erstmal die mitte halten weil ich glaube die ist jetzt sogar weg schon scheiße ich bin unterwegs komme ich komme ich komme ich komme ich komme bitte lassen sie das stehen bitte lassen sie das sofort stehen scheiße jetzt wenn kommt ich wäre bereit aber mir fehlt noch ein bisschen an mana der ist tot das schon mal gut ja das okay ist okay will die mich betteln niemals jetzt hat mir den black lieber echt song was kommt jetzt ist leute wollen jetzt also wir müssen jetzt einfach also wir haben zwei möglichkeiten wenn wir wenn ihr arme braucht und fett seid könnt ihr kaufen ja das hat aber und der mensch und tanken ist quasi also durch den gr wiederbelebung singen oder ihr kauft halt also ist auch nicht schlecht könnte in dem game echt cool werden weil es halt abhängig eure arme der mit return und wir bauen ja voll arm und dem game wahrscheinlich leider muss mein team ein bisschen mehr chillen ich bin unterwegs weil gar ich komme wenn es auch noch da oben sie darf nicht sterben die darf nicht sterben wir sind alle unterwegs hat wenn er hat sie nicht das wird also schwierig ne das wird nichts scheiße leute ihr müsst ein bisschen fokus und dann wird das game easy ihr müsst euch ein bisschen konservieren geh hoch jetzt wird es schwierig der ist tot jetzt greife ich einfach nur sie an und weiger zeit zu verschaffen oh scheiße hat mein dings geinterrupted leider und jetzt kriegst du auch noch einen sack ich bin nämlich leh machine leh hoch mit dir auto tech 2 auto tech auto tech interessiert mich nicht weil okay doch ist schon ein bisschen wie lange war ich mit der gestern ich dachte es hält nicht so lang heilige meilige aber ist okay es okay wir sind maschine bruder ich bin maschine ich mach dich messer oder sense halt eben ja also gegen ihn potenziell ja aber mit der frau da zusammen nee und ohne ult auch nee jetzt wird es schwierig jetzt geben wir wieder very viel geld ab scheiße ja okay so viel geld war es nicht aber guys you just need to chill a bit more ich meine ich bin jetzt gerade geschoben das jetzt zu schreiben ist ein bisschen schwierig aber die sterben ja die ganze zeit alleine irgendwie überall auf der lane nur weiger weiger ist very fine top lane kann man nicht verübeln aber wein stirbt gerade zu oft so armor leute einfach armor was für armor vor mir ist ziemlich gut gegen den hier von nasus das brauchen wir auf jeden fall die frage ist müsste es direkt upgraden weiß man nicht wir könnten eisbohren kaufen macht das sinn also man ist jetzt nie ja doch wir haben sogar man eisbohren 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 wir haben keinen wir haben nicht diese mana ohne meine leute über diese linie rot wer darüber hinaus pusht ist tot stop push einfach einfach stop push kale i know you ah ich muss ja ok wer entlärt wer entlärt für den full clear na aus pusht nicht top lane das ist gut sonst wäre ich nehm ich top ah ok push top lane meint ihr wir schaffen ihn ja oder nein jetzt abstimmen r64 hat viel armor und triniti und ordentlich fett ich bin aber mister fett komm her ich nehm den fight an erstmal stacks aufbauen einmal hochnocken also wir verlieren jetzt erstmal den fight aber wir ulten gleich nochmal wir haben also quasi zwei leben also eigentlich verlieren wir nicht mal wirklich also eigentlich macht er gar nicht so viel schaden wie man denken könnte wir machen mal so bevor er lulu stirbt also eigentlich war es also ohne lulu jetzt auch geklappt glaube ich ja okay nochmal glück gehabt nochmal glück gehabt dev stance ist zwar auch nicht schlecht als item aber ich glaube bevor ich das also der stance gibt halt ist halt die full damage variante ich glaube ganz ehrlich in dem game spam armor sei unsterblich und macht trotzdem viel damage dev stance kann man noch bauen aber immer wenn ich dev stance gebaut habe wir lassen ihr das ich bin zwar stärker als sie aber es geht in diesem spiel es geht nicht um stärken um schwächen um stats in diesem spiel geht es nur um hast du bock zu spielen oder hast du nicht bock zu spielen ein red buff ist gibt bewiesenermaßen plus 10 auf bock wenn du den red buff vor allem klaus ist es minus 50 auf bock das heißt ne du hast im prinzip plus 60 wenn du den red buff an den ad carry abgibst plus 60 auf bock das ist schon fein das ist very fine das ist schon worth kann man sagen sehr worth so wir haben jetzt schon rund 200 armor leute wir haben auch konkurrer by the way very very well guten tag einmal bitte dein leben und deins auch noch nicht später aber wollte gerade sagen geil die cage ist raus aber ist ja unser cage nasus pusht top lane eigentlich ag ist er doch wie so ein nasus bot der immer top lane pusht bis er stirbt oder ist nicht das verkehrt na ok er ist anscheinend weggegangen ich muss halt ein bisschen auf mein team aufpassen dass sie nicht engaged werden es kann sogar sein dass er jetzt nochmal kommt aber ne ja ok dann lass ich dir das das sind auch wiederum das sind 20 auf bock hä sie pingt und dann geht sie nicht hin bruder sie wollte schon was schreiben glaube ich dieses spiel ist halt wirklich only about only about pass und das ist die bridge leute bridge oh shit Leute seid ihr da ich hab keine ult mehr scheiße ihr seid ihr überhaupt nicht da ich bin aber immer ein tanki und deswegen bin ich unsterblich irgendwie oh wer ist denn das hier guck mal wie viel habt ihr gesehen wie viel käse auf mich geschossen hat das war so war als wenn dich jemand mit einem weintrauben bewirft die ganze zeit ich hab halt so ein bisschen hat sie schon einen schaden gemacht aber dafür dass sie so sie war so voll mit schweißbären so frä 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 und ich so hä? ich hab kein ah doch ich hab's gemeint weniger ist manchmal mehr weniger weniger ist manchmal mehr leute wir machen halt auch 150 auch 150 auch 150 auch 150 auch 150 auch 150 okay das ich hab gar nichts mehr aber das ist auch so ein ding am ende hauen sie mal alles rein und dann ist er einfach instant weg bumf so wir gehen jetzt ga und dann kaufen wir deathstands das ist eine gute ist ein gutes zwischending können ja schon mal so machen sollen wir schon mal beides cdr und armor cdr and to have cdr and to not have cdr ich bin halt gigantonisch ich find's halt supergeil dass cale echt bock hat nachdem sie so hart gekämpft worden ist das ist sehr selten das geht aber auch nur bei toplanern dieser toplaner in arctic carry wäre er jetzt schon mal kein toplaner aber dann würde das auch nicht funktionieren ich bin sofort da was passiert hier leute seid ihr da? ich mach das sonst hier alleine wenn ihr nicht wollt also ich mach das auch alleine wenn ihr nicht wollt also geht der flashwarm ich bin ALTER 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 die können ja gar nix tja javan hat leider nicht gereicht wer sich dem brötchen verkauf in den weg stellt stellt sich auch dem brötchen verkauf in den weg und mir naja das bild wie saschen im game ist total bad die haben nicht mal einen der magic damage macht also käse halt aber käse haben wir grad gesehen also ihr könnt euch merken weintrauben machen käse damage äh ap damage mein ich käse damage was sollen die schon machen ganz ehrlich was wollen die tun guckt euch die käse an die rack hat sich hier ab und dann wird sie hoch genug hier ist einmal rein drückt ultimate drückt nochmal q was wollen die machen ich mach zwar hier nicht die kills aber ich bin halt trotzdem der taker payback time javan i hope you have payback card payback and payback card and points und so weiter kennt man scheiße wir können ja mal gucken wieviel schaden er so macht er macht sogar glaube ich sogar viel schaden einfach payback leute ja schön Tschün, Tschün ... Tschün,zczün,schün,schün